Ich dachte gerade schon, was ist hier los, ey. I serve with pleasure. Suck. Ich brauche Garthäuser jetzt. Und Fervos. Scheint, dass er keine Wehrwölfe übernehmen kann, wollte ich gerade sagen. Kann er doch. So, ein Elf. Ich brauche Garthäuser. Ihr Highness, we've improved the guardhouse. Your Highness, we've improved the guardhouse. Tax collector. In the name of the Sovereign. Ich brauche Garthäuser. Ich brauche Garthäuser. Ich brauche Garthäuser. Ihr Majesty, die Royal Treasury ist nearly empty. Ich brauche hier. Ich brauche hier. Tax collector. Das wäre eigentlich nur noch gut, wenn die auch, äh, Viecher bekehren würden. Tax collector. Zum Beispiel den, da könnten sie wieder übernehmen. Hm. Dann muss man Krypto jetzt hier als nächstes. Oh, es fangen an Mox zu spawnen und andere Sachen. Das ist wieder ein bisschen zu viel für die Wache gewesen. In the name of the Sovereign. I serve with pleasure. Tax collector. Oh, your majesty. Oh, pretty star. Pretty, right, right there. Oh, pretty star. You won't get my gold. You won't get my gold. You won't get my gold. Ja, für den Krypto-Tempil brauche ich jetzt gerade mehr Geld. Was finde ich ja schon zufrieden. Bei mir, das ist so, als ihr weißt. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ah. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ist auch lächerlich. Ja, für Krypto-Priester brauche ich erstmal wieder Geld. Von dem ich hoffe, dass ich hier gleich mal welches kriege. Ich hasse es, dass ich die nicht richtig anwägen kann zur Zeit. So, du bist am Exploren. Nein, du stiehlst. Ich serve with pleasure. Guilling Potions will sie sich kaufen, okay. Okay, der Wehrwolf macht die ziemlich gut kaputt. So, c'est wahr. So, c'est wahr. So, wir lassen jetzt mal den Market Day aus, dass die Leute sich Heidrinke kaufen können. Ja, deswegen versuche ich, die Schmiede mal zu verbessern. Und vielleicht hier noch einen Wachtturm hinzubauen. Ich bin so sicher, er kann sich in einen Bären verwandeln. Jetzt kriegen wir übrigens gerade Geld im Marktplatz. Jetzt rein. Da kommen wieder Korns. So, als nächstes befestige ich also Schmiede ausbauen und den Perimeterbiss auf Verstärkung mit noch mindestens zwei Garträusern. One step closer to Oblivion. I'm out of here. I'm out of here. What a tax collector. Run, 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 run. One step closer to Oblivion. Und dann natürlich auch noch den Palast verbessern. Wow, haben wir jetzt viele Untoten mittlerweile. Oh ja. So sie war. Refreshing. So sie war. So sie war. So sie war. So sie war. Aber ja, ich glaube, es ist besser, wenn ich die Leute kauf das, als wenn ich, ähm, Marketeben mache. Das war nicht schön, dass sie so umgezigelt war. I'm out of here. One step closer to Oblivion. Na ja, und fleißig weiter die Verbesserung erforschen sollte ich auch. Dann probieren wir es mal mit Discord-Warrior. So, trägst du wieder sehr viel Gold, ja. Your Majesty, ein neues Gebäude ist complete. Tax-Collector. Majesty, der lokale Blacksmith offert neue Services. At last. Das hat mich mal wieder... Oh, ach so, da oben ist ein Formangriff. Tax-Collector. Hold your Majesty. I know. Tax-Collector. This'll be a quick bit of gold. Hold your Majesty. In the name of the Sovereign. Sosivad. One step closer to Oblivion. Your Highness, we've improved the Godhouse. One step closer to Oblivion. In the name of the Sovereign. Oh, sehr schön. Run, 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 run. Sovereign, a building has been upgraded. Tax-Collector. 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 Sosivad. 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 Da hat's wieder ein von den anderen erwischt. Und, oh. Ich sehe gerade, wir sind bei... Auf... bei der Aufnahmezeit. Sosivad. Sosivad. A building has been upgraded. Sosivad. Okay, meine Discord Warrior, die halten nicht viel aus. Na gut. Ich speichere hier mal. Darkness Falls und The Siege. Ja. Warf of Chrome. Und dann geben wir ins Hauptmenü. Und machen hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich. Ich...